hallo freunde der moritz von TH2 games hier wir sind bei einer weiteren folge von pokémon terra ja ich bin hier immer noch in borna heißt die stadt glaube ich wir wollten hoch zum durch die mobiler fahrt und mir ist aufgefallen ich habe mein team trainiert ich weiß ja ich wollte manchen trainieren und ich habe spitznamen verteilt kühlt ruhe tesla akira alles warum kühlt ruhe ich habe keine ahnung ja hat glaube ich hat sich glaube ich nur ein sturm geändert ich weiß nicht kann zeigen dass das schon so war ich bin mir nicht mehr sicher ich habe mir viel zu lange nicht mir aufgenommen also auch der grund warum da war hier keine pokémon terra videos kam ich habe einfach keine zeit so auch nur die haben wir zu dem mobiler trümmer von leider von wann da ist so da ist kein namenswerten zweck hat wird die brücke nicht erneuert ich danke für ihr verständnis die verwaltung von borna hallo moskiel du kriegst ein europa strahl hallo moskiel kriegst immer noch ein europa strahl schön guten tag schlicht mir nach einem starken trainer aus dem wirst du auch bestimmt die aufforderung im mobiler trümmer kannst aber nicht doch weil die brücke eingeschüttet das habe ich recht natürlich habe ich als schließlich bildet sich psychokräfte eigentlich suche ich eher nach der quasi egal wonach du suchst werde ich dir meine psychokräfte die man ziehen und ich habe andere seite bringen müsste der reiter nein draußen jetzt nicht oder was ich habe mir noch gar nicht erkundet du bist sorry geht auch schon mal nix zum auf der anderen seite ich weiß auch nicht ob ich irgendwelche trainer schon gemacht aber ich weiß noch da hinten gemacht aber mehr weiß ich nicht und kano kühlt ruch trainer sagt du bist in den verliebt verliebt in ihn niemals du bist plötzlich ganz rot im gesicht und mir ist heiß ach so der bremsvoll liebe natürlich wenn ich nicht in die fingerkriege tschüss war da ein echt ein älteres ok ja ok sie müssen das ein fundbüro geben die ist total verschossen wenn sie das dort macht ziemlich kalt ok hallo debbie was ist los ok los da hat er mich übrigens mein hund falls das noch nicht wisst hat schon oft genug im videos gebild ja ich denke wir müssen echt über über zu immobiler trümmern ich kann es gerade nicht so richtig spielen weil ich nur eine hand am geld so gut na ja ok hat man schon wird das halt noch ist jetzt aber nicht wird sich noch füßbar beim armel ich suche mir einen anderen weg jetzt bist du baff was das war auch ein hartes stück arbeit ich muss gestehen ich bin beide noch beeindruckt da wäre ich eigentlich wenn wir uns nicht bitten auf einer insel befinden würden da muss ich mit den koordinaten v 10 ich will das beheben ich kann ich bin jesus ich glaube sind auch nicht richtig oder erster merker preis ich will das beheben um um hauptsache wir landen nicht in einem vulkan und und da sind angekommen und wie war ich ich hoffe für den jugend schuss hast du keine ehrliche antwort drauf haben möchtest ich nehme das als lob und es wird noch besser ich installiere einfach einen teleporter mit meinem kräften dann kannst wieder zurück darüber man sieht sich ob ich das wirklich testen möchte man denke an den vulkanen herrlich o entscheidung ist du bist jetzt gestrahlt was mir aber aufgefallen ist ja ich muss euch gleich noch erklären über die attacken da war nicht mich gerade da erinnere nicht aufgefallen weil die attacken bis zur vierten generation war es so also ab der vierten generation gab es physische und spezielle attacken aber in der dritten generation ist es halt so dass die typen immer speziell und physisch sind seiten jetzt hier eis werden zum beispiel viel wäre zum beispiel speziell und und normalheit für das was bei petz nicht so schlimm ist weil die beiden werte ungefähr gleich sind aber er zum beispiel hat einen viel höheren angriff als speziellen angriff und die beiden typen die er hat außer tag also unsicht und fokuspunkte beide ja speziell und dann bei ihm ist das okay bei ihm ist es in ordnung aber hier ist das problem so schauen wir mal da ist ein ganz großer unterschied und er hat eine teckel als physische attacke wasser und und nicht ist halt nur ja speziell teckel ist physisch und drachen gut macht halt immer 40 schaden und drache wäre auch speziell also selbst drachenglaue ist speziell also hallo naja ich habe gar nichts wie viel geld habe ich eigentlich ja ich glaube ich bin pleite gegangen ein sprudel ja es kommt gut es kommt gut mein freund spudeln ich hoffe man muss hier keine liga machen was da wir können die rolle sammeln aber trotzdem eine liga wäre auch die scheiße hallo magnet aber eine liga wäre wirklich die hölle für mich ich bin hier schon am anfang und komme nicht richtig mit heil items und leveln hinterher das ist doch irgendwie nicht so doll da ist nichts einfach nur eine abkürzung oder schild ich bin ein schild knudel mich 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 ein wann ich bin aber steckt alles über dem kopf das sprend die brücke damit niemand folgt und haben auch noch arthur den bürgermeister gewalt damit die trümmer geschleppt dabei ist es strengst das verboten diesen ort zu betreten denn dort lebt der übermächtige wächter der in dem herrscher der zeit zu berichten ähnlich sieht nein ich will nichts damit zu tun haben ich will erst ich bin ein justischen könig und wenn ich nach borden dann zurück stecken muss ich bin weg cool warum nur habe ich das gefühl dass 70 probleme immer mir hängen bleiben der beste hauptcharakter mobiler drüber reste eines länges vergangene zeit ja toll ich trinke oh mann dieser geld hat mich echt angekriegt so jung wird trotzdem der starker und der missionsleiter würde schon klein kriegen nicht umsonst ist der entfort ist da wenn ich nur eine unnütze rübel bin ja und ich höre also akari wird uns angreifen team terra wird uns angreifen bilder mobs aber die pokémon werden uns angreifen ja ich weiß nicht ob ich hier wirklich alles durchäumeln soll ja okay so was kommt es auch nicht schlecht hallo willst du uns aufhalten auch auch nie auch auch egal mir wurde auf kann hier zu beseitigen der umgefahrt herumlungert okay lukas hi lukas mhm tessler lukas hi lukas hi lukas ich sag es nicht gerne aber ich glaube wir müssen bevor wir zum verschlecht zum bislang gegen den bus kämpfen ich glaube davor müssen wir noch mal kurz an willen pokémon verhalten damit noch wieder geheilt sind so läuft hier aus gewaltig verkehrt ich kann natürlich auch alles mit den beiden die durchmachen aber das möchte ich auch nicht als test entwickelte für 30 dafür müsste ich den gerne drin behalten weil dank wird kriegt einen richtigen starken boost und es wäre natürlich auch schön wenn er den so schnell wie möglich krägern könnte psychopokémon vielleicht zu grüft bei aussehen nein sah halt aus wie eine schlange das sind wir sagen sich wirst hallo wir haben hier eine wichtige sache am laufen dementsprechend du störst nicole wins namen sie alle namen ist doch schön donterfass ich mag dich nicht unter fast auch nicht kaum mal fällt mir ein ich hätte jetzt auch ich kann ich wollte einfach ihn ja so vielleicht nicht so viele kp er al polo doch nicht so das ist stefan wir gar nicht erfreuen ja man ist mir relativ egal ich bräuchte ein bisschen heilung ich würde gerne wissen wann sich hier entwickelt das wäre sehr interessant zu wissen könnte ich mir auch mal irgendwie ein trank geben normaler trank wird mir schon ausreichen damit ich auch ach du kacke ah gut okay hi wir werden die welt erobern das ist schön für euch steve heißt die ich hasse mein leben steve los akira flammenrad nidorino naja können wir ihn dann lassen weil gift seine gift teile wirken ja eh nicht weil ja gift stachel von ihm boah die gift stone heißt glaube ich die ability äh wirkt ja eh nicht weil wir eh nicht physisch angreifen was finde ich nicht da fuk na klar nehmen wir das mit schlug war auch ein physischer typ ich würde es ja gerne für bis weg machen aber es gibt uns halt nichts machen wir für tackle weg ich habe nicht wem was kommt einfach akira rein senden naja luke war sogar gar nicht so mal ehrlich vorerst in diesem dörsen aufgedabelt welchen das mit der weltwirtschaft von bedienen die denn nicht weil ich das wäre sinnvoll ich vor dem beitritt über die ziele einer organisation zu informieren komm mal mit ich erkläre es hier nochmal vorne entschuldige uns bitte kann ich jetzt wieder zurückgehen danke ich gehe pokémon heilen so man 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 das kann echt was werden da geht es nicht lang aber dahin geht es lang hallo pokémon ei 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 ich kriege echt noch einen krampf ich sollte ihn echt mit hinter angreifen ich sollte ihn echt mit hinter angreifen lasst mich hier raus sonst kriegen ja so hannes du bist dran ach man 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 ich will hier weg 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 ja ich werde jetzt mal zum pokémon zentren und dann sehen wir uns dann wieder hier oben oder hören uns wieder man 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 so hm falsche richtung fuck ich bin schnitt joa ist doch schon mal schön wieder wieder eine relativ starke attacke zu haben ja ich werde wahrscheinlich auch ein paar tränke noch kaufen gehen weiß gar nicht gab es hier drinnen zum markt doch wir haben sogar wieder ein bisschen geld hier gibt es echt einen markt habe ich den letzten bald gesagt dass sie keinen markt gibt super tränke geht mir so viele ok 4 wöbel haben wir noch gegen gift auch aufwege auch voll laut ich kann auch ok ich bin weg ähm ja leute ich würde sagen dann sehen wir uns wieder da oben bei den trimmern ich hoffe es hat sich gefallen ciao ciao und bei bei der motor die h2 games tschüss it's da teleporter geil teleporter geil teleporter geil ja ok es hat lange gedauert bis ich mich getraut habe das überhaupt zu singen ich nenne es mal singen aber wir haben in diesem part echt viel erlebt wenn man so sagen kann wir haben den son Goku von pokémon getroffen Hannes wurde endlich mal wieder richtig nützlich durch Windschnitt ja eigentlich ist er gar nicht nützlich aber egal es ist Hannes der kann nicht nützlich sein aber bitte bewertet den part tschüss